Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau 5 Sekunden, gerne mal davor das Video liken und ganz wichtig Kanal abonnieren. Krank bin ich einfach immer noch, ich schätze mal oder hoffe mal Richtung Wochenende geht es wieder ganz entspannt weiter mit Facecam. Heute im Shop sollte eigentlich ja genau, ja geisteskrank, ich habe alles vom Bundle, der Skin ist selten, kostet normalerweise 1200, da ich alles besitze, kostet der 100 V-Bucks, das ist krass, das ist krass. Der war knapp 900 Tage nicht im Shop da gewesen, der Skin ist cool, vor allem der ist so reaktiv, da kommen so Tränen raus, der ist wirklich sehr sehr geil, cooler Skin. Passender Gleiter, selten ist der Gleiter nicht, aber der ist schon, der ist schon cool, Spitzacke, auch sehr sehr wild. Emote ist auch nicht schlecht, am schlechtesten vom Spint Bundle finde ich, ja, die Lackierung ist nicht so meins. 1, 2 einzeln, 1, 2, 200, 300, 800, ein paar sehr sehr nice Halloween Skins sind auch wieder zurück, vor allem die hier, die hat irgendwie was. Meine Stimme, ihr merkt es glaube ich, die kracht, ey, das ist so krass, ich kann einfach nur ein paar Sekunden reden und dann kracht die komplett, deswegen skippen wir das Ganze hier mal, aber sehr coole Skins hier, sehr wild. Das hier, äh, ne, finde ich nicht nice, dreimal, nein, sehr nice, sehr nice Bundle. Was ist mit dem Daily Bereich los? Irgendwie voll broken, genauso broken wie meine Stimme, cooles Emote. Ja, sehr cool und ansonsten war es es auch hier schon gewesen. Ich weiß jetzt, aber ich weiß nicht wie dass du gesehen bist. лю